ok weil jetzt mit der neuen folge von let's play feuer emblem treehouses hallo ok ist alles gut ja ich freue mich heute drauf auf einen neuen folge und ich hoffe auch ihr habt bock drauf heute ich habe bock sehr lust drauf also ich habe offiziell auch echt laune und okay weil jetzt mit der neuen folge von let's play feuer emblem treehouses hallo ok ist alles gut ja ich freue mich heute drauf auf einen neuen folge und ich hoffe auch ihr habt bock drauf heute ich habe sehr lust drauf also ich habe offiziell auch echt laune und